Das Fort Haneberg, am äußersten Westrand Berlins gelegen, gilt als letzter Festungsneubau in Deutschland. Es wurde im Jahr 1888 nach sechsjähriger Bauzeit fertiggestellt. Geschichte Zum Schutz des Rüstungszentrums Spandau wurde nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-1871 für die Festung Spandau ein Festungsgürtel von vier, vor um die Stadt geplant. Von denen aber nur eines realisiert wurde, da die Entwicklung der Artilleriegeschosse, vor allem die Einführung der Brisanzgranate, diese Art von Befestigung inzwischen unwirksam gemacht hatte. Durch die Ausschachtung des Hanebergs und das Versenken des Vorhers das sechseckige, detachierte Werk mit einer Fläche von 450 Meter mal 170 Meter von außen kaum zu erkennen. Nach seiner Indienststellung wurde das Fort bis 1945 unter anderem als Kaserne und Zentralarchiv für Wehrmedizin vorwiegend militärisch genutzt. Während des Buchrucker Putsches am 1. Oktober 1923 wurde das Fort zusammen mit der Spandauer Zitadelle für kurze Zeit von Putschisten besetzt, die sich aber bald regulären Reichswehrenheiten ergeben mussten. Von 1924 bis 1934 wurde es teilweise dem Flugtechnischen Verein Spandau 1924 e. V. überlassen, der dort Segelflugzeuge baute. Nach dem Kriegsende wurden Teile des aus Ziegelsteinen errichteten Bauwerks zur Gewinnung von Baumaterial für den Wiederaufbau Berlins abgerissen. Bis zum Mauerfall im Jahr 1989 befand sich das Fort im Bereich der Sperranlagen der Grenzübergangsstelle Herrstraße und ist erst seit 1990 der Öffentlichkeit wieder zugänglich. Seit 1993 wird es von der Arbeits- und Schutzgemeinschaft Fort Haneber K. V. betreut, die regelmäßig Führungen und Veranstaltungen anbietet. Für den Film in Glorious Bestats des amerikanischen Regisseurs Quentin Tarantino diente die Anlage für einige Szenen als Gulisse. Naturschutz Das Fort ist ein wichtiges Fledermausquartier in Berlin. 2009 wurden die Gebäude und die Umgebung des Fort zum Fauna-Flora-Habitat erklärt, da hier neben anderen Fledermausarten große Mausohren ihr Winterquartier und ihren Sommeraufenthalt haben. Außerdem gelten der sich auf den angrenzenden Flächen entwickelte Trocken- und Halbtrockenrasen sowie der im Graben entstehende Schluchtwald als besonders schützenswert. Einzelnachweis Erklärung zum Schutzgebiet حs host Erklärung zum Schutz des Haupen Frau rope er Schlucht ham